Musik 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 Ich rufe mich hier raus! Schmeiß nicht! Wir werden sterben! Wir werden sterben! Ich nicht! Ich kann jetzt nicht! Aaaaaaaaaaaaaa Wir hätten so einen Code vorher nach Hause machen wollen Ich habe die ganze gemeinte Übertragsmedizierung Mein Gott, ich dachte, ich sterbe hier! Musik Ich bin so sauer auf den Sven Es sind aber nur 73 Kurven Der hat mir vers... was? 73? Also was ist, wenn ich mich übergeben muss? Wir haben ja mal was vorbereitet Der Sven hat wirklich an alles gedacht Also das hätte ich ihm gar nicht zugetragen Guck mal eine ganz süße Type Falls was passiert Kannst du mir vorher kurz Bescheid geben? Super! Dann gehts los! Hast du denn ein bisschen Vorfreude? Äh... mehr Angst Mehr Angst Als Vorfreude Eine zertifizierte Fliesenklatsche Ist das eigentlich so? Das ist dann deutlich besser Und mich hier raus Ich möchte es dir wirklich Sven Das wirst du bereuen So sehr Wirklich Und abmachen Gut Gut Dann viel Spaß Hast du noch einen Musikwunsch? Hast du Musik? Ja, vielleicht lenkt das ab Weiß ich nicht Du kannst ja die 73 Kurven zählen Nein! Vielleicht lenkt das ab Wie beim Einschlafen Und Abfahrt Ich habe Angst Ich habe Angst Wir werden sterben Wir werden sterben Wir werden sterben Ich stehe nicht Oh Tino, du wirst uns so bringen Nicht so schnell Hilfe! Ich will hier raus! Ich habe wirklich Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Ich habe Angst Nicht zu sehen processes Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott, hilf mir! Oh nein! Oh nein! Timo, bitte nicht, kannst du langsam fahren? Bitte! Bitte! Es reicht! Bitte nicht! Ich kann es nicht! Wirklich, Timo! Bitte! Bitte! Kannst du bitte langsam fahren? Bitte! Ich habe Angst! Wirklich? Ja wirklich, Timo! Ich habe wirklich Angst! Ich sterbe! Also wir haben das sowieso gerade! Wir haben genug Material! Bitte nicht so schnell! Wir haben hier auch gerade gelbe Lampe! Ach du meine Güte! Das ist voll der Tod! Ich kann sowas nicht! Ich dachte, du übertreibst nicht! Nein! Ich habe wirklich Angst! Ich dachte, du übertreibst nicht! Nein! Timo, ich muss die Augen zu machen, wenn ich das nicht... Also soll ich jetzt ganz locker zurückkommen? Oh, bitte! Ich bitte! Ich habe Angst! Wir haben genug Material! Wirklich! Also ich simuliere nicht! Wir hätten vorher noch drüber reden können, was ernst ist! Nein! Wirklich! Ich habe dem Sven gesagt, Sven, das ist für mich wirklich... Also ich möchte das eigentlich nicht machen! Also wenn ich... Ich mache alles für den Sender, aber das ist für mich so das Schlimmste, was passieren kann! Auf einer Rennstrecke! Ohne Abstand! Nein, Timo und ich! Ich fahre ganz langsam! Nein, das ist nicht langsam! Das ist voll schnell! Und guck mal, was für einen Abstand du hast! Gar keinen! Halt Abstand! Halt! Das ist voll schnell! Ich überträume dich! Wieso hast du Spaß dabei? Dass ich leide! Ich leide! Und der Sven, der wird das so bereuen! Der wird das wirklich bereuen! Ja, also der Sven müsste auch mal mitfahren! Zu viele Autos hier! Ich kann das nicht sehen! Ich fahre ganz langsam! Das ist nicht langsam! Ah! Diese Kurven! Die bremsen alle! Du musst auch bremsen! Ich bremse auch! Aber wir haben die besten Bremsen von allem! Das hilft mir nicht! Das wissen hilft mir nicht! Ich... Ah! 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 Wieso läuft das durch? Das ist nicht witzig! Und nicht die Augen zu machen, kommt nach vorne! Guck mal, ich fahre ganz langsam! 130 Kurve! 130! In der Kurve! Wir hatten lebenswolle 60! Wollt ihr mich umbringen, Sven? Du kannst nicht mit jemand anderem moderieren! Ich... Du musst mich nicht so loswerden! Es gibt andere Methoden! Rede mit mir! Bitte nicht! Jetzt geht es nur ganz langsam! Das ist übrigens die Nicolauna Kurve! Ah! Sag mir das doch nicht! Das kannst du mir doch nicht sagen! Ah! Mit wie viel ist er hier reingefahren? Das weiß ich nicht! Ah! Nicht so schnell! Willst du das in Autos? Also jetzt fahren wir nur bergauf! Nein! Nein! Nicht so schnell, Tino! Bitte! Bitte! Ich fahre wirklich ganz langsam! Das ist doch nicht langsam! 140! Ah! Oh Mann! Ich sterbe! Ich werde hier sterben! Nein! Ah! Wollen wir den Sven anrufen, dass er später kommt? Nein! Wollen wir ein bisschen langsamer fahren? Ich will mit ihm nicht reden! Das wäre die Schuld an dem Ganzen! Guck mal, ich fahre nur... Nicht so schnell! Das war ganz langsam! Nicht so schnell! In der Kurve! Ich werde meine Arme durchbrechen! Weil ich mich gestern muss! Okay, also gleich kommt eine Stille... Kannst du langsam fahren? Ja! Kannst du da langsam fahren, bitte? Ja! Ganz langsam! Das ist nicht langsam! Wie viele Kilometer noch? Achso... Ja, wir haben gleich Halbzeit! Bitte nicht! Ich möchte das nicht! Jetzt gleich kommt ein Karussell! Ich möchte nicht hier sein! Nein! Verlangsamer! Die Seine blendet! Du siehst doch gar nichts! Doch, ich sehe alles! Bitte! Verlangsam! So, jetzt aufpassen! Ich möchte nicht! Jetzt die Hände nach oben! Nein! Ich möchte das nicht! Was war das? Das war das Karussell! Ich hatte Augen zu! Ich habe es nicht gesehen! Das ist optimal zum Autotesten! Nein! Nein! Nicht so schnell, Tino! Bitte! Ich fahre ganz langsam schnell! Lass mich raus! Ich laufe! Ich kann nämlich hier laufen! Ich habe es nicht mit den Stufen sehen! So! Jetzt haben wir hier die Hohe Acht! Das ist der höchste Punkt der Strecke! Und ab jetzt geht es langsam nur noch nach unten! Oh! Meine Beine zittern! Ich werde sterben! Nein! Oh! Bitte nicht! Bitte nicht! Hier sterben Menschen! Hier passieren Unfälle! Das ist gefährlich! Das ist doch nicht männlich! Das ist einfach nur bescheuert! Nein! 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 Jetzt musst du ein bisschen winken! Jetzt kommen hier ganz viele Zuschauer! Nein! Ich winke doch nicht! Ich muss mich festhalten! Ganz freundlich! Ich muss mich festhalten! Oh! Das Auto! Wir werden sterben! Nein! Die können nicht fahren! Die anderen bestimmt! Guck mal! Wir sind angeschnallt! Helm an! Egal! Egal! Ich habe Angst! Oh! Nein! 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 Tino! Soll ich noch einmal sprechen? Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich ziehe! Ich ziehe! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Für mich ist das... Wie viele Kurven hast du dir jetzt mitgezählt? Der Tod! Oh! Zu viele! Viel zu viele! Und es ist immer noch nicht zu Ende! Wir sind gleich durch! Wir sind zu schnell! Noch vier Kurven! Ach komm, komm! Ohhhh! So, hier ist wieder ein Unfall. Nein, 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 nein! Wir hatten einen technischen Defekt. Wir kommen noch einmal Karussell. Bitte nicht so schnell, Thilo. Du kannst nachher ohne mich so richtig schnell fahren. Aber lass mich erst raus. Lass mich immer raus. Du kannst mich einfach raus schmeißen. Das ist die allerletzte Kurve. Versprochen. Okay. Aber trotzdem, wohl selbst eine Kurve. Hab ich Angst. Oh nein, da sind Autos. Hilfe, 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 Hilfe. Jetzt werden wir ein bisschen im Stau stehen. Hilfe. Guck, da ist sie ganz lange gerade. Hier fährt man normalerweise so 270 km. Ich kann dir versprechen, ich will keine weitere Runde. Es tut mir leid, es tut mir echt hart. Ich glaube, das macht Spaß bestimmt, wenn man selber fährt, aber wenn man daneben sitzt. Wir haben nur jetzt ein kleines Problem. Die Kamera lief nicht, wir müssen noch eine Runde. Nein, sie lief, sie leuchtet. Ich sehe, dass es leuchtet. Ist mir egal. Sie haben Ton, das muss reichen. Ja. Angst. Wirklich, wirklich Todes. Aber da hätten wir drüber vorhin gesprochen sollen. Wir hätten so ein Code, wo er jetzt noch ausmachen soll. Ich habe die ganze Zeit gemeint, du übertreibst ein bisschen. Nein. Und ich dachte, ich sterbe hier. Das ist wirklich... Ja, also am Anfang, das war alles gut. Aber danach sind wir wirklich so auf 30 Prozent. Das waren doch keine 30 Prozent, ca. 140. Wie viel ist denn sonst? Ja, das war jetzt nur 1 oder 2 Punkte. Aber am Anfang, das war jetzt die Frage. Oh, das war... Ja, super. Ja. Ja. Co kaput chair ... ologique ... Ja.